Wisst ihr, wenn ich noch merke, dass ich eine Frau bin, wenn ich zum Frauenarzt gehe, weil da Frau dran steht, ist mein Arzt, geil, gehe ich hin. Männer haben sowas nicht, die haben Urologen, deswegen gehen sie auch nicht hin. Und hier sind ein paar Männer, ich finde es wirklich unfair, ich finde es unfair, liebe Männer. Ich finde, es sollte auch so einen richtigen Männerarzt geben, Alter, oder? So einen richtigen Männerarzt, ja, Mann! Männerarzt, ey! Richtiger Männerarzt, mit so einem Uppercut im Logo, so einem Männerarzt. Ja, mit so einem Hau den Lukas an der Tür. So ping, nur die Stärksten kommen rein. Und die Schwachen müssen zum Kinderarzt, Alter, weg mit denen. Weg mit den Pussys, ey!